Und damit redet herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal. Ja, frohe Nacht, es geht weiter mit Operation The New Man. Wir waren ja bei Nacht 3 stehen geblieben. Oh, mal gucken hier, wie es weitergeht, ne? Night 3. Du-du-du-du. Waking up. Waking up in the morning. Yeah. Na, guck, mach hin hier. Mal schauen, wie es funktioniert. Wenn man noch dieselbe Location ist, oder nicht, oder wohl, oder übel. No. Komm in die Gänge hier. Deswegen, ja, ja. Alles nichts Neues. Night 3. Ziemlich stressig hier alles. Halt die Schnauze. Was? Oh. Was soll denn der Fuhl jetzt hier? Viren-Schutz. Scheiß, die Wandern hier. Scheiß Windows 10 hier. Ich muss hier aufs Spiel konzentrieren und dann kommt sowas. Ah, da steht auch schon wieder am Eck. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jesus. Mach mich nicht verrückt hier. Sagts euch, Leute. Wird's mal wieder länger dauert. Wie viel der ist, unter's Bett? Ist er hier weg? What the hell? Oh, haben wir da unter das Bett? Jetzt ist er weg. Jesus. Habt ihr mir schon was in die Kommentare geschrieben, wie es euch gefällt? Steht schon wieder einer rechts im Eck. Seht ihr? Du Sack. Oh, mein. Wieder unter das Bett. Raus. Überall sind diese Scheißviecher hier. Wie sollen wir da überleben? Frag ich mich. What? Gott, sackt die Wand an hier. Was ist hier an der Masseauflauf, oder was? Nein, raus. Du Arsch. Völkerwanderung, oder wie? Schnauze. Kinders, Kinders, leider. Ich krieg hier voll noch was an, 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 die, an die Latte hier. Na, wieder raus. Oh, Jesus. Habt ihr nichts anderes zu tun, wie einen alten Mann zu ärgern? Oh, wieder unter das Bett. Wieder raus. Er ist weg. Hier ist keiner. Schnauze. Spiel gibt es so, was man auf den Keks, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich spiel's halt, ne? Ich hab's angefangen. Da würde ich halt auch so weit spielen, wie ich's kann. Wie's in meiner Macht steht. Oh, ja, no. Er ist weg. Geht das? Wenn er oben ist, dann muss man unter das Bett. Bei dem da draußen, will er rein, unter das Bett. Bei den anderen muss man ja nur den Raum verlassen. Nur, wen's interessiert, falls ihr das auch spielen wollt. Damit ihr einen Anhaltspunkt habt bei ihm, unter das Bett. Warten, erst weg. Steht wieder einer rechts. Ich krieg, ich krieg hier noch die Vollkrise. Der steht da, einer links. Oh. Oh, Spananebischer hier, du. Hohenspfote. Schnauze. Oben ist keiner. Äh. Hier kommt auch keiner. Im Räumchen ist auch keiner. Hier traut... Oh, unter das Bett. Kinder, das wach jetzt auf 6 Uhr. 6 o'clock. Oh, you survived. You legt's mir marsch. Meine Fresse. Ready for round 4? Yes. I'm ready for all. Waking up in the morning. Waking up. Ich schlaf da noch gar nicht. Du Ars. Ich mache Dusch bis Marja früh und singe Pups. Pups, mein Lacher. So, da wollen wir mal noch die Nacht 4 hier angehen, ne. Schade, finde ich's nur, dass immer dieselbe Location ist. Klar, der Schwierigkeitsgrad wird immer mehr und immer schwieriger. Vor allem ist bei dem Spiel nervend, dass man hier W, A, D, äh, W, A, S drücken muss und Control, also Control mit dem kleinen Finger, dann A mit dem Ringfinger und W mit dem Mittelfinger. Äh, danach bin ich wieder nach sowas von verkrampft, Leute. Und das Bettchen. Schnauze. Hier ist noch keiner. Oh, gleich beide. Sack. Sack, sieh, mein Lüya. Lüya-Soki. Oh, hier muss ich, äh... Geht mir sowas von auf den Sack. Sie sehen nicht mehr. Oh, wieder unter's Bett. Koppel unter's Bett. Dann ist das alles nett. Yeah. Er kommt ja nicht. Lüya-Soki ist ruhig. Hallo. Oh, Gollum! Oh, das ist ja schon wieder einer. Ja, die haben nichts Besseres zu tun, oder? Oh, Jesus Christ. Oh, jetzt kommt der aber da. Da raus. Raus. gut ich krieg ja noch zu viel mit dem spiel man sieht sie so schlecht wenn man nicht genau die augen sieht schau mir die augen kleines nicht heute alter man heute nicht leck mich doch leck mir doch am bananenbrot das bananenbrot ist tot maul halten es war knapp die eisern schnauze Einfach nur Schnauze halten. Dann kommen wir hier gar nicht unsinnig quer. Gar Mr. Daliman, Dalimi-Banana. Oh, Jesus. Ich krieg ja doch voll die Krise. Was spiel ich denn eigentlich immer? Hab ich nichts besseres zu tun in meinem Leben? Mach doch mal was aus deinem Leben. Du Arsch. Nein. Maul halten. Nein. Nein, ich bin da raus. Oben kommt er nicht. Oh, Ärmel da. Oben ist keiner. Hier ist auch keiner. Hier kommt keiner. Ich sige keinen. Ja, wer da. Schnauze. Schnauze. Ich bin hier aber fix und alle. Schluck trinken, you survive. So. Zeitlich. Nacht 5. Komm mal reinschauen. Und wir bekommen immer mehr auf der rechten Seite. Waking up. Fix oder alle. Waking up in the morning. Boom. Kleiner Arsch, Ivo jetzt. Aber es macht Spaß, Leute. Baby does not appear in the office. So when she is in the east hall camera, quickly turn around and look at the back hall. The other one will come from the back hall. East hall, back hall, what? Äh. Äh. What? Ihr seht selber das Kamerasystem, da muss man erstmal schauen, wo ist überhaupt hier was. Man kann es ja nicht nummerieren, ne? Cam 1, 2, 3, 4, 5, nein, man muss da ewig lange Namen den Kameras geben. Und dann soll es sich zurechtfinden, du sollst es noch lesen und dann fängt es an, es fängt an, du musst es erstmal durchlesen, kapieren. Dann muss ich die Kameras suchen, ich probiere es jetzt noch einmal und dann mein Päuschen machen. East Hall. East Hall? Wo ist Back Hall? A Back Hall gibt es ja gar nicht. East Hall? A Back Hall gibt es gar nicht. Einmal, ich probiere es nochmal und dann kapiere es halt nicht. East Hall? A What? Es gibt keine Back Hall? Meiner denn mit unserer Office oder was? Also da wo unser Bett ist? East Hall? Wir haben kein Michelmeister, ich hab keine Ahnung. geistert ashamed. Ach scheiße, mach man nichts. Aber nicht muss ich jetzt du Arsch Private Cove Camera System S Keine Ahnung, ob das richtig ist Ich geh einfach mal unter das Bett Aber es scheint geklappt zu haben Jetzt leben wir noch Leute, ich check's nicht Ich check's einfach nicht Aber ich würde sagen Mal schauen, ob ich's nochmal probier Ich mach jetzt erstmal ne Pause Pause Und dann mal gucken Vielleicht spielen wir auch mal hier Bon Bon Hunt oder Bonnet Survival Heidel, Freak, Freightime Oder so ne Mal gucken Lasst euch überraschen Exit Guck ich in den Titelscreen Müsste ich eigentlich kommen Ja Freunde, das war Operation Denouement Part 2 Coldline Tense Bis zur Nacht 4 haben wir jetzt überlebt Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß Der Rosti wird sich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet Wäre klasse Schreibt mir was in die Kommentare Wie's euch bis jetzt so gefällt Oder so ne Und wenn ihr vielleicht nen Tipp für mich habt Wäre auch nicht schlecht Weil ich check ja jetzt gar nichts bei dieser ominösen 5. Nacht Falls ihr mir noch ein Like geben wollt Sag ich nicht nein Bringt immer was für mich Also Rein motivationsmäßig Ich krieg dafür nix Irgendjahr sieht das ihr meint Falls ihr noch kein Abo habt Dürft ihr auch gern ein Abo abschließen Ansonsten Wie gesagt Ich befreu mich, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal Bis dahin Genießt das Leben Enjoy your life Habt Spaß miteinander Wachaut euch nicht Sage Tschö Mit Ö Und für die genutzt Euer Rosti-Kanett Thank you and goodbye Enjoy your life And have fun See you next Goodbye Ciao Bye 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 Bye